Ich bin Tom, Rülfchen, momentan arbeitslos, aber normalerweise habe ich einen Job, also ich bin nicht immer so schlecht dran. Normalerweise Profi-Jungler, kann man schon mal so sagen, in der Fabrik, ne? Und begeisterter Heintracht-Schwander-Auffair natürlich. Begeisterter Heintracht-Schwander-Auffair. Jo, ciao Kevin, hat Spaß gemacht, ne? Geil, ey. Euro-Pack-Pokal, Euro-Pack-Pokal. Ah, was ein schöner Tag, ey. Die noch einen Außenmeister suchen? Hm. Wer ist das denn? Execute Order Enklarisierung. Ha 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 ha. Hahaha! Genau das war's.